Mit der Reitmannschaft, Junioteam des Rostocker 10, gegenwärtig auf Platz 9, mit den 2-Winnspielen. Die Reitmannschaft, Junioteam des Rostockers, Junioteam des Rostockers, Junioteam des Rostockers. Die Reitmannschaft, Junioteam des Rostockers. Die Reitmannschaft, Junioteam des Rostockers, Junioteam des Rostockers. Die Reitmannschaft, Junioteam des Rostockers, Junioteam des Rostockers, Junioteam des Rostockers. Das war's für heute. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ... ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.